Oh, der Banjib ist so bös, jeder weiß, wie frech er ist. Man sagt hier, dass der Banjib tausend Jahre alt ist. Es ist besser, du läufst nach Hause und versteckst dich schnell irgendwo, sonst kommt der Banjib, um dich zu holen. Der Banjib ist ein großes Tier, das wie ein Vogel fliegt, noch nie hat seinen Schreckensruf jemand zu hören gekriegt. Es ist besser, du läufst nach Hause und versteckst dich schnell irgendwo, sonst kommt der Banjib, um dich zu holen. Der Banjib ist ein Ekel, der Banjib ist gemein, er ist das schlimmste Monster, flößt jedem Schrecken ein. Es ist besser, du läufst nach Hause und versteckst dich schnell irgendwo, sonst kommt der Banjib, um dich zu holen. und dann kommt der Banjib wird, denn Banjib wird. Wann je wohnt, wann je wohnt.